So, liebe Freunde, damit willkommen zur nächsten Midnight Session. Also Midnight wär schon ein bisschen hart. Ja, was möchtest du? Jonas, was möchtest du? Terminal. Na, keine Ahnung, ist mir egal. Nehmen wir Favela, ich hab gehört, die soll voll gut sein. Gott, die soll voll gut sein. Also Jonas ist leicht dezent müde. Man könnte auch sagen, ich hab zu viel getrunken. Oder das? Ich kann schon mal fotografieren, was ich heute getrunken habe. Und das als Titelbildschirm bei ME2 machen. Ein Euro. Wisst ihr, was ich gar nicht alles heute getrunken habe? Wahrscheinlich mehr für 15 Euro. Ein Euro. Ein Euro. Also, wie viele Dosen herumliegen von der Energy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, gleiche Teams. Oh nee, ich muss ja mit den Teamnaten zusammen spielen. Mann, der nervt. Hä, bin ich gerade einfach durch die Wand gelaufen? Oh genau. Wer hat mich geflasht, Juli? Ja, tut mir leid. Danke, Juli. Jetzt hat Schläge von ihm geguckt. Hey, ich höre einfach überall Schritte. Ich hab ihn auch schon gesehen, aber... Ich bin rotgeflogen und fast tot. Ich seh ihn die ganze Zeit, Mann, aber ich hab nie... Der und der operiere widenen wurde coatshaften. Liegend Ärger 1. Hallo? Ja, uur? Warum plätigst du jetzt was? Wies bist so komisch. Wies, 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 wies quiero. jenigen Tomlipot, die Dochgerungen. 栗 Zuhaarn, Und, meistens. Eine Katze hat gepusst. das ist tot der Kopf von denen ist und von rechts oder von Kronauer aber es wird auch aus er hat ab und nicht diese die Füße da Wo war der denn? Keine Ahnung, ach da hat er sich hinverkämmt Ich hätte ihn nicht erkannt wenn Danny mir das nicht gesagt hätte Sie hat doch die Fläche fahren wie die Panette, gell? Ich auch so Komm, du bist geflasht, oder? Ja, ja Mein Auge kratzt, was schon mal kurz Ich dachte, wer ist gleich verheben, muss gleich Und ein Auge gekratzt ist, ich hab' ich dir grad geholfen Jagd, er gibt's doch Scheiße Ich treff' dich nicht Ich check's nicht Hey Alter, ich hab' voll lange nicht gesehen Ich spiel doch mal serious, ich hab' ne viel bessere Ideen als du Guck mal, siehst du das, du Ich hab' wieder Danny, du gut drin Ich hab' ne M4 dabei und schießen mir das Schrotz mit auf dich Geht doch schon Ey, wieso tötet ihr euch die ganze Zeit? Das ist so ein scheiß Spiel Das ist so unwissgel Boah, das stinkt hier irgendwie Alter, 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 alter Er hat dich gemessen Jaaaa, ich hab' drauf geschossen und hab' ihn nicht mal getroffen irgendwie Heiko, warum hab' ich nen besseren Peng wie du? Danny, warum hab' ich ne bessere KD als du? Das ist so, das ist so impact Der sacrificed ist, was ich negativ ist Ja, weil, 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 weil du betrunken bist des Spiels zu besser Er kostet besser und ging nicht �� Wenn du betrunken bist, da treff' ich nicht nix Äh, also, in Juli trifft da immer was Ja, Juli, seh' ich aus wie Juli Ne, ich seh' besser aus OhohohohohohohohohohohoKO Ich weiß aber gut Hab' mich anderes gehört Weil er die Wahrheiten entspricht Ja, Juli lauft er rechterbar du in die Wahrheit Niederlande und die Saison der Strafe geraten ist so blöd eine Mutter ist auch mehr verletzt für das die Rechtlichen Alter und war geholfen aber es ist noch nicht vorbei ich will nicht verarschen Sally Sackproblem und dann, wie sieht er nicht mal an Alter, das Ding trifft einfach, das trifft mir ja Ja, die spiel dir, Cs Go, habe aber echt Alter, wir dürfen nicht mehr ein bisschen Mhm, trifft einfach Einmal kann der eigentlich aus jedem Spiel Cs Go machen Alter, wie so tötet dir, ich? Ja weil er mich getötet hat Na aber jetzt schon mal Oh, Entschuldigung, Jonas, es tut mir leid Mann es ist doch blöd wenn ich die Flüchtlinge mann ist doch ein Schweißemann und müssen zu sehen ich will das immer gleich mit den Kamerl ja mit der Baustelle gebrochen bei der Schilderung weil ich eigentlich nur anhäten habe was der Tod das fand ich toll die Unions aus es wird mir leid das ist der Ampokos war vor Ort ich will nicht mehr nur sie du bist du reizt und abgesehen das ist der karte die amerika die folgt hoch ich habe die reihe über die niederbühle sein zu spüren ja das ist ja aber jetzt kann sie wieder mit fachofakof fachofakofakofakow fachofakow fachofakow fachwissen Peter Schilling gesehen? Nein So, du 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 So, jetzt springe ich da nach da du 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 Gott gemacht Team! Bereit machen für die nächste Runde! Ja, er blänt! Dieser männliche Schrei! Ah! Hast du geplantet? Ja! Ich kann nur was für dich! ich sag´ doch der Plan! Ho! Mann, Danny, du 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 schon mal auf dein Team von deinem Team, wenn ich ihn abknallen würde, ich komme ich den 50 Plus! Nein! Aber du brauchst Punkte! Nein! Ah, wieder so darunter! Nein! Man, du schießt mich weg, kannst du nicht mehr mit mir reden! Ich hätte sie erschossen! Alter! Ja, jetzt mal ein Problem, oder? Was machst du zu Geräusch? Das bist nicht du, Julliger. Nee, das bist du, oder? Können wir nicht mal kurz so eine Talk-Runde machen, wo ich dann... Dann reden wir so kurz. Der visiert mich an, wenn ich da drauf bin. Mach nicht, das ist die Wahrheit. Das geht da jetzt nicht mehr. Der visiert mich an, wenn ich da drauf bin. Das ist so, du wärst längst tot gewesen, das schwör ich mir noch. Zum Leben meiner Mutter, aber... Du bist ein Arschloch, ich hab dir nichts getan. Ich weiß, aber es ist witzig. Oh, du kriegst Stress mit mir, ja. Ja, ich weiß. Äh, er plantet bei... Ah. Ist mir auch aufgefallen. Nein, das ist ne Hüke. Die Semtex hat nicht getroffen, aber knapp. Aber knapp. Aber knapp, weiß. Jetzt ist er bei dem Müllton. Jetzt ist er bei dem Müllton. Jetzt ist er bei A-Sport. Jetzt ist er bei dem Koksfeld. Warum verrätst du mich? Weil du mich gekillt hast. Weil du mich gekillt hast. Denn... Denn ich würde aufpassen, ich... das ist, nur... 08. Beschüsse. Pff... Guck dir Jonas an, selbst der ist besser als du. Der 2.5. Der 2.4.5. Der 2.5. Der 2.5. Der 2.5. Aufklärungsdrohne online Ich wurde geflasht, Judy Was? Was ist da gegenseitig? Nee Wurde geflasht, Judy, Danny Du Hurensohn Danke Danke Tut ihn noch nicht Ja, der ist da eh mit Schild Wie schön spielst du? Der tue ich mich ja besser schützen Alter, gerade hab ich die Vorrede genommen Wenn ich den Tuch vom Gesicht trug Was warnts denn? Ich hab keine Ahnung Mann, oh, nur auf die Füße So an, leider Die Füße haben wir niemals getan Da wird voll die mit der Shotgun durch, warte? So, Shotgun Das Ziel zerstören Hä, ich hab sie gar nicht bekommen Ich mach jetzt Tower Defense Wo wir Fußball spielen Und Fußball Was schmerzt man den Tower Defense hier? Dich Diese Höh, Dich Hm Ja, die sind die weg Alter, der ist noch hinten, weiß nicht, am Spot, ja. Ich hab gesagt, ich mach so, die Fans. Scheiße, ich mach so, die Fans. Nein. Am spawnen. Ja, ja. Wir leben ja noch beide. Oh Gott, ich hab mich selbst geflasht. Das ist nicht so intelligent, würd ich mal so sagen. Der ist aufm Dach. Wo? Da genau. Achso, okay. Da genau. Wo? Da war er. Wo? Ja, da. Achso. Nein, lol. Hast du den gesehen? Nein. Ich schon. Ach, scheiß drauf. Ach, dunnerscheiß. Lol. Und das eine war seltsam. Nein, das war ja so zu lang. Ne, war mal. Es war ganz normal, Jonas. Ja, für fünf Punkte. Boah, ja. Das zieht sich zerstören, ja. Das zieht sich zerstören, ja. Das zieht sich zerstört, ja. Das zieht sich zerstört, ja. Das zieht sich zerstört, ja. Das zieht sich zerstört. Ich weiß nicht, ich habe jetzt beide, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Da war so ein Haus im Weg. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das zieht sich mit mir. Nein. Wo war das? Keine Ahnung. Weiß nicht. Keine Ahnung. Nimm die Shotgun da. wo ich gestorben bin. Nein, shotguns sind schwul. Du bist schwul. Ja, deine Mutter ist. Woll, ja. Ich hab nur den Schatten gesehen. Alter, du bist schwul, nicht ich. Pass auf. Warte, jetzt kommt der Schatten. Alter, ich hab 50 Punkte. Krass, 1-10. So gut war es schon lange nicht. Nee, echt? Warte mal, wo ist Jonas? Mir ist das auch, gell? Mhm. Gut. Das muss man unbedingt dann. Oh, ich hab da was geflasht. Ja, mich? Ja, auch. Nein, brav. Habe ich. Da ist noch etwas. In dem Haus. Beim Dürfen. Nein, das stimmt nicht. Alter, Ingisch fängt Monster ein bisschen nach Bier. Du weißt, wie Bier schmeckt. Bis das 14. Bis das 15. Was ist 15? Oh, tut mir leid mit Prinzessin. Halt die Schnauze, ey. Wenn du betrunken bist, bist du so echt scheiße. Ja, betrunken vor allem. Äh, wenn du müde bist bei dich. Was hab ich immer betrunken? Du willst gar nicht wissen, wie ich bin, wenn ich betrunken bin. Oh, das will ich auch gar nicht wissen, weil ich das auch nie sehen würde. Äh. Oder Silvester? Ja, da bin ich halt da, da kann ich ja immer noch nicht trinken. Hahaha. Weil es sind ja noch 18 Tage dann. Hi. Ich hab keine Ahnung, dass du bei A warst. Hahaha. Das ist B. Das ist B. Das ist B. Hahaha. Machen wir ein Comeback. Ja, wir ficken sie jetzt hart an. Okay, los. Äh, Judi, der ist besser. Oh nein, 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 der ist so eklig, wenn der was trinkt. Ja, ich weiß. Aber dafür liebst du mich. Ja, okay, da hast du recht. Dankeschön, Schatz. Bitteschön, bringst du morgen die Zeitung mit? Oh, 1 Euro. Da unten, da unten. Was? Da unten, da unten. Ja, da war so, wie du tötest das denn? Du hast es über Visier. Ich habe jemand anderen geschossen. Ich habe mich übervisiert. Ich habe Juli voll getroffen. Ja, du hast neu. Ich habe irgendwie für meine Mutter geklappt. Ich habe meine Katze gerade auf meinem Mannschuss. Trompett und Marz. Die verteidigen. 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 Ich bin ein Hipser. Das steht da mit der Shotgun in der Scheißhaus drin, oder? Ja, ich geh nicht. Diese Scheißschwule Geldort Wichser. Kami Karte. Wof, wof, wof. Bist du behindert? Yes, yes, yes. Waaah. Wopan Schwulenstein. Eми hin und weg. Wof, wof. Wof, wof. Wof, went outside the not forhandenen explosive. Hah, hah ̴̴̶̴̴̴̴̶ă̶̴̶,̴̴̶̶̳ ja es ist so ungesund aber ich habe gekürzt das war du bist ungesund weiß ich doch wo ist denn der Gegner mann ist doch unlogisch das ist doch echt unlogisch ach wir müssen klärten ja wir müssen so müssen wir jetzt echt veräppeln aber herr jonas ich geb dir die Bombe nein das geht doch gar nicht ach guck ich wurde erschossen Juli bevor du mir bitte sagst ich will nicht dass du mich tötest oder ich dich tötete ich tötete dich auch nicht d und die gegenseitig sein können Warte oder irgendwas vor allem hat blitzkern der Kostolz auch in 14 der kurve ich habe zwei Kitzel im Skampern und also noch Kussieber ja wir führen doch jetzt das ist ein Milizier oh nein du 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 ach du scheiße boah bei Magic kann man endgut einstarten Alter ich werde richtig müde ach du scheiße wo er kam der dann Internet also wo ist der Flüchtlinge haben ja oben rechts ja da nicht mal ein Krieg und hier mehr für die nächste habe ich jetzt noch einen neuen ich glaube jetzt wird er durch mehr Punkte als ich das stimmt doch gar nicht ich habe weniger Punkte als Heiko hallo noch alle da was so mehr Punkte als zu ihr ja das ist natürlich negativ mehr ja natürlich ja was ist da haben wir das war es doch der Astro bei Jonas der Schauspieler ich bin auch auf meinem Modus, ich kann mich nicht mehr anmelden. Das ist jetzt echt ansozial. Ah, jetzt. Meeting in der Mitte. Wie Uhr haben wir jetzt? Ich wette, wir haben's 3 Uhr noch was. Ja, guck, wie ich sagte, immer um 3 Uhr noch was. Geh mal Internet. Bisschen, was man psychologischen Druck auf mich ausübt, wenn ihr immer bei A-Play, bei B-Play bist. Also, einseitige Belastung deines Gehirns, oder wie? Ja, posttraumatisches Erlebnis. Schon wieder zwölf, vier. Oh, aber vibriert. So, wie viel steht jetzt? Ich bin gerade reingehört worden. Ich bin gerade reingehört worden. So, sehr gut. Das war's für die Folge. Ja, genau. Äh, bis zum nächsten Mal. Lass gleich da, lass da, wo da. Tschüss, sei des, dis, 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 dis. Und, halt die Schnauze. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Und, da, auf das Uranus.